Er hat blonde Haare, ist ungefähr so groß. Wir sind beide einsam und allein und uns wird das Leben nicht leicht gemacht. Zu zweit schafft ihr es erheblich schneller. Willst du nicht helfen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich möchte endlich wissen, was du vorhast. Wo entfahren wir denn? 200.000 Dollar entgegen. Ist das nichts? Weiter hat er noch etwas von einer Kiste erzählt, die verschwunden ist. Die voll Dollar gewesen ist. Und die interessiert mich. 200.000 Dollar sind eine Menge Geld. Die wollen wir uns erstmal verdienen. Leck den Revolver weg und zieh die Unterhose aus. Von allen Schweinen, die ich kenne, bist du die größte Drecksau. Du Mist und Verfluchter. Der nächste Ort ist 70 Meilen entfernt. Wenn du unterwegs nicht so viel vor dich hinfluchst, schaffst du es. Wenn du unterwegs nicht so viel vor dich hinfluchst, kannst du es vielleicht schaffen. Wenn nicht, kriegst du ein vor Dorst. Lachen, dir. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.